Hallo, heute stelle ich euch von Bosch den Universal Laubsauger vor, der sowohl das Laub wegblasen kann, als auch wie ein Laubstaubsauger funktioniert. Er soll besonders ruhig sein. Das werden wir dann gleich mal in der Praxis ausprobieren. Es gibt drei Jahre Garantie auf den Laubstaubsauger. Hier haben wir eine Schnellbedingungsanleitung und hier sehen wir schon die einzelnen Teile. Hier haben wir den Sack zum Auffangen des Laubes. Hier sehen wir noch die restlichen Teile des Laubsaugers und Staubsaugers. Hier das Hauptteil mit dem Motor. Zu beachten, es ist eben ein Laubsauger mit Stromkabel. Kein Akkubindbetrieb. Tragegurt. Was fällt schon mal auf? Das Stromkabel ist sehr kurz. Was muss man dagegen tun? Man braucht eben ein Verlenkungskabel, das besonders lang ist, auch für den Außenbereich dementsprechend geschützt ist gegen Feuchtigkeit und Nässe. Also hier würde ich sagen schon mal, das Kabel ist mir persönlich viel zu kurz und ist einfach schon mal schlecht. Probieren wir jetzt mal den Staubsauger aus. Was ist das? Zähne Gute Wirkung. Also, ich muss sagen, der Laubstaubsauger macht schon Spaß in der Benutzung. Hier sehen wir nun das gehäckselte Laub. Nun habe ich den Bosch zu einem Laubbläser umgebaut. Hier nochmal ein Beispiel des Laubbläsers. Und dann habe ich den Laubbläsers. Und dann habe ich den Laubbläsers. Und nun mein Fazit zum Bosch. Sowohl als Laubstaubsauger ist er wirklich sehr gut, als auch als Laubbläser. Was ist zu bemängeln? Das kurze Stromkabel. Man braucht also immer ein Verlängerungskabel, um ihn optimal nutzen zu können. Bei der Staubsauberfunktion sind die Rohre nicht ganz ideal. Die müssten besser ineinander gleiten und besser zu verschrauben sein. Das ist ein deutlicher Nachteil. Aber so gibt es von mir empfehlenswerte 4 Sterne für den Bosch Laubsauger und Laubbläser. Das ist ein deutlicher Nachteil. Das ist ein deutlicher Nachteil. Aber so ist es bei der Staubsauger und der Staubsauger.